Ich studiere integrierte Gestaltung mit der Vertiefung in Fotografie und Bewerkbild und ich bin 6. Semester. Ich bin in Bulgarien geboren und in Israel abgewachsen. Ich habe mich für Freiburg entschieden, weil hier mache ich nicht nur Fotografie oder Grafik-Design, ich kann es verbinden. Wenn du zum Beispiel Porträtfotografie machst, auf die Person, auf deine Modelle beachtest, es ist nicht nur ein Objekt, es ist ein Mensch und es ist mir schon wichtig, das zu zeigen. Ich bin im 4. Semester im Studiengeldesign mit dem Schwerpunkt Fotografie. Es geht weniger um das Technische als um ein fundiertes Hintergrundwissen zu Bildern, Bildsprache, Farben. Ich finanziere mein Studium mit einem Nebenjob. Dann habe ich das große Glück, dass meine Eltern mich dabei unterstützen. Die Fachschaft kümmert sich um alle Belange der Studierenden. Was halt immer toll ist, sind die gemeinsamen Farben, Paris Foto oder jetzt Hamburg steht an. Da freue ich mich immer riesig drauf, weil die Gruppe halt zusammenschweißt. Es ist super wichtig, ein Konzept zu haben, aber im richtigen Moment zu sagen, okay, das funktioniert. Einfach so eine Spontanität zu haben.